Der Absatz ist der tiefste Punkt des Reiters. Die Fußspitze wird nach oben gezogen und zeigt in Richtung Pferdemaul. Ja, Wiebke, hau rein! Mach ich doch! Ich bin froh nicht. Ja, was ist denn? Ja, ihr seid mit drauf. Das ist nur mal so situationsbedingt. Verstehst du? Ist das cool. Filmst du uns alle? Was so eine Kamera immer für Auswirkungen hat, das ist der... Wahnsinn. Die Fußspitzen, die Fußspitzen, die Fußspitzen. Wunderschön. Feige. Denkt dran, ne? YouTube und so. Alle auf dem Zirkel reiten. Und angaloppieren. Ja, toll. Wie sie so geil von Hilde geflogen ist und im Stehen gelandet ist. Weißt du das noch? Nee. Hatte ich ja genau auf Video. Da kommen die Kommandos. Jo, ist klar. Kommandozentrale. Aber auf der rechten Hand ist das schlimmer als auf der jetzt. Finde ich zumindest. Also auf der lässt er sich besser biegen als auf der anderen Hand. Da sind wir von Hilde auf Hilde. Ne, wir reden gerade von Wiebke auf Hercules mit Biegung und so. Was hast du gesagt? Was bestellst du auf YouTube? Ja, wenn nachher ein bisschen Action noch kommt, warum der nicht wollt. Ja, ja, mit froh. Mit der Wester-Trense, erinnerst du dich? Ja. Und Melanie auch war Hilde. Aber das war ja, wo sie einen Abgang gemacht hat. Oh, wie der Herky gerade geguckt hat. Das sah voll süß aus. Ne, nicht jetzt. Ich kann das gar nicht begreifen, dass er hier noch arbeiten muss, während die anderen fressen. Ja. Und mal auf den Zirkel reiten. Und angeloppieren. Das kommt gleich. Auf den Zirkel wechseln. Okay, kommt nicht. Ich bin angeloppieren. Sarah, ich bin ja so zu sterben. Ja, du bist so eine Tierquälerin. Und in den Pico rein. Ne, das sollte sie heute, glaube ich, nicht mit Zirkel machen. Wachsen. Warte, warte, warte. Ich möchte eben kurz... Ich kann gerade nicht beides... Arbeitstempo an. Durch, variieren zum Tragen. Da ist der Imgallop wirklich hingeflogen. Und tschüss. Toll. Blondie. Ich weiß nicht, was kann ich sagen. Ja. Huuu, Vanessa. Was? Reit einfach. Go, 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 go. Wir feuern sie an. Wir feuern eher Bobby an. Aus dem Zirkel wechseln. Komm, Blondie. Blondie. Blondie, Blondie, Blondie. 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 Galoppieren. Blondie. Wir sind noch nicht dran. Ja. Ja. Mal, angaloppieren. Das tut sich auch ein bisschen schwer. Fertig beim Galoppieren? Aus dem Zirkel wechseln. Oh, und dann... Oh, wir stehen im... Wir sitzen im... Gefahrenpunkt. Angaloppieren. Einfach wie Nächsten. Ja, doch, der kann das auch. So, komm, gib mal Gas. Und hinten aufreiten. Oh Gott, das ist echt... Jetzt komm. Larissa fängt schon an zu lachen. Irgendwie gelacht ich. Der ist so süß. Er ist so süß. Leg ihn nicht in uns rein. Er guckt schon so hier rüber. Auf dem Zirkel reiten. Aus dem Zirkel wechseln. Ach, dankeschön. Bist aber gnädig hier. Er guckt auch mal, glaub ich mir. Ich hab schon hier mein Handy in unserer Hand. Der Sattel ist schief. Dein Sattel ist schief. Jetzt weißt du, wie ich mich letztes Mal gequält hab. Hör mal, hör mal. Und wieder durchparieren zum Trab und aus dem Zirkel wechseln. Ich hab schon mal den Stull in der Hand, weißt du, gleich kommt. Dass ich dann wegrennen kann, schnell. Ja, sie. Hier, nimm mal meine Hand. Ne, noch kommt. Okay. Und angaloppieren. Ganze Bad. Sie rutscht. Tick, 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 ja. Irgendwas war wohl in meinem hohen Zeh wieder drin. Ich weiß auch nicht. Ja, man soll ja nur ein Glas Saft am Tag trinken. Aber ich trinke immer eine Flasche Saft. Vielleicht ist es das. Gestern Abend hab ich noch Kaffee getrunken. Das ging voll schief. Ich war voll aufgedreht. Ich hab bis drei Uhr war ich wach. Ne, bis vier. Bis zehn vor vier. Du darfst und naschen ist gesund. Und antrat. Sind alle im Bild. Ich geh mal nach innen. Moment. Das ist so witzig. Weißt du noch, wo Joy hinter mir hergerannt ist und dann mit dem Zirkel um Joy rum? Ja, okay, wenn ich stehen darf. Stop, Yaki, kurz. Oh mein Gott, ich will so stehen. Andere Abteilung vorbei. Oh, cool. Das ist gar nicht. Dann mal andere Abteilung. Barieren wir mal durch. Ja, ja, ja. Gut. Langsam kriegt das wieder. Ja. Komm Digga! Komm Digga! Zu nem falschen Sitz, weil der so fett ist. Ich stehe ein bisschen... Okay, so ist gut. Nimm die Zügel ein bisschen kürzer auf der Hilde. Go Hairki! Go Hairki! Go Hairki! Go! Hilfe! Komm, komm, komm! Komm Digga! Hilfe! Willst du dich wieder einreihen? Und so? Arsch! Okay, jetzt geht's!